Und weiter geht's mit dem interessanten Gegner-Bashing. Damit willkommen zurück zu einem Weizgepack von Let's Plays. Wer ist denn unser nächster großer Gegner? Sandsturmsonate, okay. Jetzt geben wir brutale Faust und... ...her fest ist okay. Das kann nur noch interessant werden. Ich kann jetzt mit zwei interessanten Routen. Wirklich, sehr interessant Routen, wenn ich mir das so angucke. Damit im zweiten Gegner fangen wir schon mal an. Speed ist da. Magie ist drauf. Und down. Komm. Bevor ich den ausschalte, will ich das mit denen ausschalten. Oder er hat es schon selbst ausgeschaltet. Und go. Komm. Was hältst du aus? Einiges hier. Wenn ich mir das so angucke, ja. Aber... Na gut. Wow. Komm, erstmal umdrehen. Und los. Und, willst du laufen? Nein, willst du nehmen? Na komm. Oh Gott. Oh Gott. Los geht's. Wir machen weiter. Einfach weiter draufhalten. Nächstes haben wir... ...insert eine Genegabe. Und auch unseren... ...ja... ...interessanten Steinfreund. Schnell heilen. Sollten wir noch Magie-Büros haben. Perfekt. Na komm. Wow. Das war nicht schlecht. Aber du musst erwarten, bis die Energie wieder voll ist. Dann kann der nicht warten. So. Dann kannst du überhaupt nicht warten. Nicht wahr? Dann mach mal ab, bis du aufhörst mit deinem... ...rumgedrehen. Ähä. Speed up. Und Magie ab. Kurz mal drehen. Und... Ach mein Gott. Ich krieg's gerne hin, keinen Angriff zu starten. Aber jetzt haben wir ihn ja. Mit Magie und Speed up können wir ja schon viel anfangen. Ich bin die Fahrt nicht angegriffen. Was zum Teufel. Ich werd nie die ganze Arbeit machen hier. Denken sind wir ja gar nicht hier. Ja, es wird schon weh, wenn ich diesen Angriff mache, aber... Das macht gar auch schaden, ne? Ach komm. Oh Gott. Ich muss ja... Deine Angriff ist gleich auf mich locken. Das ist ja mich hier erstmal ein bisschen hart. Greif mich an. Ach komm. Ach Gott. Und? Kommst du her? Ja, kommst du. Das war nicht schlecht, aber... Der gibt ja nie auf so schnell, ne? Das war nicht schlecht. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Magie ab. Genau. Und jetzt Speed up. Heilen. Und go. Ja, ich weiß nicht, dass ich gut schaden kann, aber... Melonien. Komm. Komm. Oh Gott. Die Gestale machen echt viel Damage. Wenn man das mal bedenkt. Aber jetzt kommt der nächste Gegner. Oder auch nicht. Nee, jetzt noch ein paar andere Gegner auszuschalten. Na komm her. Okay. Du auch? Gut, alle ausgeschaltet. Und es geht ein Level ab. Geil. So, der letzte. Im Bunde. Ich hoffe, das war es eigentlich mit diesen... ...diesen Steinidioten. Der geht mir eh auf die Nerven. Eigentlich nehme ich eigentlich am meisten auf die Nerven. Oh Gott. Komm. Wo ist er? Wo ist er? Ich lasse mich doch mal in Ruhe. Ach, come on. Können wir auch machen, ne? Guck mal, ich kann das auch. Aha. Verteidigung ist on Tour. Boah. Ich denke, der Eintritt hat sich eingesetzt. Kick ihn einfach nicht rein. Okay. Speed up. Jetzt warten wir kurz. Magie ab. Magie ab. Oh Gott. Der ist härter am Leben, als ich dachte. Aber... Was anderes habe ich dann ja erwartet, auch. Ach, komm. Ich kick dich. Und? Komm. Sehr gut. Der Hurricane haut rein. Der hat wirklich rein hier. In die Länge für. Magie ab. Magie ab. Komm. Jetzt hat er es auf. Es hat er auf. Lief abgesehen. Schon wieder. So ein Idiot. Hier bin ich. Hier spiel die Musik. Ach, komm. Wie soll ich meine Aufmerksamkeit noch auf mich? Komm. Aber das kann ich auch nicht machen. Aber ich muss die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Komm. Hallo. Hier bin ich. Oh, komm. Bald bist du irgendwann betäubt. Oh, nein. Jetzt wird es ganz ein bisschen eklig, wenn... Ausdauer auf 0 geht. Komm her. Jetzt stirb. Das war nicht schlecht. Magic. Was? Das war jetzt gemein. Aber... Könnte ich überleben. Magie ab. Ach, was? Ich bin verteidigt. Und jetzt komm her. Okay. Erstfall ist... Magie heilen. Und dann Vollkraft voraus. Los. Oh Gott. Das tut weh. Er ist eh auf mich abgesehen. Von daher. Komm her. Wo bist du denn? Der ist noch tiefer unten drin, als ich dachte. Oh Gott. Komm. Was? Ich hab dich getroffen. Der haut ab von mir. Merkt euch, wie er Schiss von mir hat. So. Wenn wir das eigentlich mal dieses Trauspiel... Der hat ja Schiss von mir. Jetzt kann ich das nicht erklären, was er hier gerade gemacht hat. So, wie der mir abgehauen ist. Aber hey, wir haben jetzt Level 544. Wir drehen auf im Level. Wir drehen ordentlich auf. Gefällt mir. Ja, bald haben wir die Hälfte der Level gesammelt, die man im Spiel sammeln kann. Ich werde mit Level 100 fängt bei Nianen offiziell. So. Gib mir Erfolg. So. Und jetzt machen wir die nächste Quest. So. Los geht's. Nächste Quest. So. So. Direkt mag ich ab. Down. Und jetzt stirbst du. Mit mag ich ab, kann ich dich eh töten. Ja, komm. Schreib mal den da aus. Der will eh nichts von mir wissen. Der will ja wirklich nichts von mir wissen. Komm. Der will 600, das schreibt mir doch aus, das Vieh. Wow. Bist du hart. Na komm. Der hat es eigentlich auf mich abgesehen. Das merkt man ihm an. Oh Gott. What? Hey, unsere Level steigen hier. Level 140 haben wir schon mal. Ich habe leider keine Magie mehr. Das heißt, ich kann hier nicht angreifen. Aber wir machen jetzt mal Magie ab. Das kann ich ihm erst mal nicht antun. Oh Gott. Bye, bye. Oh. Das wird knapp. Das wird knapp. Das war ein knappes Duell. Aber. Wir werden schon gewinnen. Das hat mich abgesehen. Das ist alles okay. Weil ich kann mir eh ganz schön Feuer an. Und ich kann jetzt halt sowieso ausweichen. Aha. Und jetzt stirb. An meinem Feuer. Uh. Ganz hart da hier. Hä? Aber guck mal. Ich habe Feuer. Jetzt war ich da aus. Der Sack. Na gut. Bring nur wenig. Wenn ich Sende bringe. Okay. Und komm her. Und. Na komm. Ich stirb. Hey. Das war doch nicht schlecht. Ja. Mit Magie ab. Hast du eh keine Chance. Oh Gott. Schnell. Ach du Kacke. So. Speed up ist wieder da. Und jetzt schnappe ich ihn mir. Oh Gott. Oh ja. Jetzt kommst du. Jetzt kommst du dran. mein Freund. Wir brauchen noch ein bisschen. Mana jetzt. Komm. Ach. Kacke. Ich soll jetzt erstmal nicht drauf warten. Und jetzt. Magie erhöhen. Und. Die drei Freunde. Aufklamm hinterher. Ja. Und jetzt komm. Jetzt komm. Stirb doch mal endlich. Ja. Und. Und. Ach du Kacke. Und. Jetzt. Jetzt. Magie. Power. Wer ist der nächste? Wo er lebt. Oder lebt mir noch Gegner. Das könnte sein. Dass der Gegner existieren. Und diese jetzt. Hier rumfliegen. Da sind sie ja. Und down. Und bei. Und. Komm. Und down. Das war's. Und da lebt noch einer hier. Kann sein. Das wir einen übersehen haben. Ah. Wo? Das ist die Border? Das ist schon der Kampf da aus. Also lange. Müssen wir mal freischalten. So. Komm. Ach komm. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen. Magie ab. Alleine ist es auch ein bisschen angenehmer. Oh. Ich mach's mal dem Blatt da. Genau. Du bist ja Eisgegner. Das heißt. Vor allem macht dir eh viel zu viel aus. Hier. Brenne ich dich niederheben. Kann ich genauso. Krieg ich mein Feuer noch ein bisschen mehr Power in dem Arsch. Tausend. Yeah. Mein Level steigt. Ne. Mein Level steigt ja. Das gefällt mir. 450. Na komm. Wir machen ein paar weiter. Der verliert ja eh bald. Je öfters machen, desto stärker wird mein Level. Ist ja keine schlechte Idee. Den mit Eis hier Platz zu machen. Aber ich muss mit Magie auch weitergehen. Machika ist an. Wir sie aufnehmen. Und go. Na komm. Du hälst es dir ewig aus. Das machst du nie ewig mit. Hey. Das läuft ja echt nicht schlecht. Ich häng fest. Das war eine dumme Idee. Wir halten die ganze Zeit hier auf. Oh komm. Genau. Sie ist da rüber. Und jetzt wirst du auch niedergebrannt. Tja. Traurige Schicksal würde ich mal sagen. Was dich jetzt erwartet. Wir haben ja mal das Beste vom Besten hier. An diesen Gegnern. Aber die werden ja eh nicht lange leben mehr. Die vor allem nicht mehr. Ich mach noch das Mana kurz mal wieder auf. So. Kurz laden. Jetzt geht's los. Na komm. Geh einfach mal zu Boden. Ich überlebe das schon. Keine Sorge. Danke. Ich brauch jetzt ein bisschen Mana. Das ist ja nicht schlecht. Genau. Da kommt sie hin. Und jetzt. Främisch zu Ende. Fällt sie ja eh nicht mehr aus. Ja. Ich hab's doch gesagt. Die ist doch fast down. So. Jetzt ist die Geschichte endgültig. Meine Herren. War das anstrengend. Das war wirklich anstrengend. Aber hey. Wir haben's geschafft. Das war super. Damit haben wir's geschafft. Sind wir jetzt endlich los. Diese ganzen Harcourt Gegner. Aus den. Aus Verzellter und Wegunde. Resignation haben wir jetzt bekommen. Das ist die nächste Mission. Lebensau. Tode. Pein. Oh Gott. Das ist jetzt. Ach. Ach du Scheiße. Das wird böse enden. Aber wir haben neue Sachen bekommen. Was haben wir denn so alles bekommen? Muss ich jetzt mal angucken. Lunarium ist ein Metall. Standard. Können wir das eigentlich immer wieder. Wenn wir das machen. Muss ich mal gucken. Immer wieder dieses Lunarium. Das ist bescheuert. Das ist bescheuert. Aber gut. Im nächsten Mal geht's ja weiter. Kommt der Mensch vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und Emerald Control. Cool. Ja.